Jo Leute, herzlich willkommen zu ein paar News, also keine Pokemon News, wie ihr schon seht im Titel, PokeNews nichts, es sind Punkcon News, also News, die mich, den Kanal und euch betreffen. Ja, wie ihr merkt, kommen zur Zeit ein paar wenig Videos, dafür möchte ich mich erstmal meinerseits entschuldigen, ich musste die letzten beiden Wochen sehr, sehr, sehr viel arbeiten und hab ein paar Schichten mehr geschoben, aber das soll nächste Woche ein bisschen entspannter sein, ein bisschen weniger Arbeit und ja, an sich wollte ich nur über den Kanal sprechen und was für eine Projekte jetzt bald kommen, was euch so in der nächsten Zeit erwarten wird und da fangen wir schon mal mit dem ersten Thema an, was halt nur zwei, drei Leute vielleicht betrifft, also eigentlich ist es erstmal, wir fangen mit den schlechten Nachrichten an und danach fangen wir mit den guten Nachrichten, äh, machen wir mit den guten Nachrichten weiter, möchte ich damit sagen, also schlechte Nachrichten, ja, weiß ich nicht, ob das eine schlechte Nachricht ist, auf jeden Fall wird es für zwei, drei Leute nicht so schön sein, aber, na gut, und zwar, ja, hab ich Final Fantasy 7, steht wahrscheinlich auch schon im Titel, pausiert, beziehungsweise abgebrochen, also vorher ist jetzt erstmal abgebrochen, mal gucken, ob ich es irgendwann in der Zukunft weitermachen werde, aber, na ja, was soll ich sagen, dadurch, dass Final Fantasy 7 Remake rausgekommen ist, wird dieses Video, wie diese Videos natürlich nicht oft geklickt und, äh, ich hatte auch, ähm, keine Lust mehr, wirklich das Spiel weiterzuspielen und dann immer dieses ganze gelesen und so, es war eher ein Let's Read als ein Let's Play und, ja, ich musste mich wirklich sogar aufmotivieren, als würde ich halt arbeiten gehen oder sowas, um halt ein Video davon aufzunehmen und deswegen habe ich das jetzt hier erstmal pausiert, beziehungsweise abgebrochen, jetzt ist es erstmal abgebrochen, mal gucken, ob ich es irgendwann in der Zukunft Ähm, ein paar Monaten, ein paar Monate, ein paar Monate, ich bin vielleicht wieder aufgreife und weitermache oder vielleicht irgendwann in den Stream weitermache, aber, so wie es aussieht, wird es jetzt erstmal kein Final Fantasy 7 geben Ja, kommen wir gleich auch schon zur nächsten News Und zwar werde ich eine Zaubertausch-Nazlock-Challenge von Pokémon-Schild ab diesem Wochenende starten. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet, denn es wird richtig nice. Ich habe mir auch schon ein paar Regeln überlegt, ein paar gängige Regeln, ein paar Regeln hinzugefügt. Das Regelvideo wird denke ich mal morgen oder übermorgen kommen. Und dann wird auch im Anschluss direkt die erste Folge dazu starten. Und ja, okay, für die restlichen News habe ich jetzt kein weiteres Bild. Deswegen quatsche ich jetzt einfach so weiter. Und zwar wird es auch weiterhin Wi-Fi-Battles geben. Gleich heute Abend wird eine neue Serie intern der Wi-Fi-Battles kommen, und zwar die Random-Battles. Das ist halt so, dass ich mir halt aus meiner Competitive-Box irgendein Random-Team erstelle, die ist eigentlich keine Taktik, verfolgt und dann halt random halt in diesem JPSI-Menü mir den Gegner auspicken und gegen den Kämpfe. Ja. Und ansonsten werden wahrscheinlich auch bald Mario Kart 8 Streams kommen. Ich werde mit ein paar anderen YouTubern auch ein paar nice Videos machen. Und wie gesagt, ein Let's Play zu Pokémon-Schild in einer Zaubertausch-Naslog-Challenge. Ansonsten, ja, würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für das Video, weil ich irgendwas vergessen habe. Ja, ist unten in der Beschreibung, oder es kommt nochmal eine nachfolgende Poken-News-Videos. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das auch nicht übel, dass nicht so viele Videos gerade zur Zeit kommen, aber ab diesem Wochenende kommen wieder täglich Videos auf diesen Kanal. Ansonsten, danke fürs Zuhören und euch einen wunderschönen sonnigen Tag, wenn es bei euch sonnig ist gerade. Bei mir ist es auch nicht. Und, ja, bis zu den Random Battles und bis zum Regel-Video. Vielleicht kommt auch beides schon heute oder nur Random Battles und Regel-Video morgen. Mal gucken. Und ansonsten, ciao.